Hallo Freunde der Energiewende, Moritz hier von Energiespeicher Online, der Partner für eure Energiewende. Ich heiße euch herzlich willkommen in dem finalen Video dieser Reihe. Heute dreht sich alles um das Thema Förderprogramme und Vergütungen, die ihr für den Bau und den Betrieb einer Solaranlage erhaltet. Am bekanntesten ist das Erneuerbare-Energie-Gesetz, kurz EEG. Das EEG fördert mit seiner EEG-Vergütung den Betrieb einer Solaranlage. Hier wird geregelt, dass jede überschüssig produzierte Kilowattstunde, die in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird, vom regionalen Netzbetreiber verpflichtend abgenommen werden muss und er euch zusätzlich für jede Kilowattstunde einen festen Betrag über 20 Jahre zahlen muss. Aktuell beträgt die EEG-Vergütung rund 8,4 Cent pro Kilowattstunde. Je mehr Solaranlagen in Deutschland gebaut werden, desto niedriger fällt die EEG-Vergütung aus. Vor 20 Jahren betrug sie noch um die 50 Cent pro Kilowattstunde. Aufgrund der niedrigen Vergütung legen immer mehr Anlagenbetreiber Wert auf eine Steigerung ihres Eigenverbrauchs, zum Beispiel mit einem Stromspeicher. Aber auch ohne Speicher rechnet sich eine Anlage dank EEG-Vergütung. Für die Errichtung einer neuen Solaranlage mit Stromspeicher gibt es außerdem zahlreiche Förderprogramme auf Länderebene und kommunaler Ebene. Die Zuschüsse aus den Förderprogrammen müsst ihr nicht zurückzahlen und sie können mehrere tausend Euro betragen. Informiert euch also am besten vor eurem Projekt, ob es entsprechende Fördermittel zu sichern gibt. Für einen ersten Überblick habe ich euch einige Links zu Förderprogrammen auf Länderebene unten in die Beschreibung gepackt. Zu guter Letzt möchte ich euch noch auf die zinsgünstigen Kredite der KfW Bank hinweisen. Wenn ihr ein neues Haus baut, gewährt euch die KfW einen Kredit in Höhe von 120.000 Euro mit einem Tilgungszuschuss von 25% beziehungsweise von maximal 30.000 Euro. Diesen Kredit erhaltet ihr allerdings nur für den Bau eines Effizienzhauses 40+. Was heißt das für euch? Ein Haus mit Effizienzstandard 40 verbraucht nur 40% der gesamten Energie eines Referenzhauses. Dieser Standard wird von der Energieeinsparverordnung festgelegt. Wenn der zukünftige externe Energiebedarf, also Strom und Wärme nur 40% oder weniger beträgt als von dem Referenzhaus, dann ist euer Neubauprojekt förderfähig. Eine Solaranlage mit Stromspeicher trägt natürlich dazu bei, dass der Bezug von außen reduziert wird. Auch zu dem Programm der KfW habe ich euch einen Link unten in der Beschreibung hinterlegt. Ihr seht also, die Anschaffung, Installation und Betrieb einer Solaranlage mit Stromspeicher wird in Deutschland tatkräftig unterstützt. Wenn ihr euch vorher richtig informiert, könnt ihr unter Umständen mehrere tausend Euro sparen. Wenn ihr gerade dabei seid, eine Solaranlage gegebenenfalls mit Stromspeicher und Ladestation für euer Haus zu planen, dann besucht uns gerne in unserem Online-Shop unter www.energiespeicher-online.shop. Den Link habe ich euch außerdem unten in der Beschreibung hinzugefügt. Wir helfen euch gerne bei der Planung und mit unserem deutschlandweiten Installationsnetzwerk können wir euer System auch vor Ort montieren. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.